hallo leute herzukommen und heute spielen wir mal wieder minecraft und das will ich natürlich auch jetzt wieder spielen ich habe ein bisschen offscreen weiter gespielt im unter anderem diese türme sind ja immer sie werden ja immer jede woche beispielsweise aktualisiert weiß gar nicht was ich so alles gemacht habe hier das habe ich auf jeden fall schon beansprucht ich habe hier auch ein bisschen weiter gebaut wie man hier sehen kann ich weiß gar nicht köbiswein ich weiß gar nicht ob wir hier schon waren standard 1 kennt man natürlich mal redstone berg berge zu machen ich weiß gar nicht es geht glaube ich nicht so weit doch reise nach insel realms keine ahnung ich würde sagen dass wir jetzt erstmal jede direk stone bergwerke und starten standard 2 okay mission starten wir doch mal das kriegen wir hier kurz wieder ich bin jetzt kurz wieder ruhig weil jetzt hier wieder was gesagt wird am anfang es geht ein beunruhigendes rumoren von den bergen der oberwelt aus man erzählt sich dass die elager dort tief unter den alten minen etwas schreckliches bauen etwas aus ruß metall und flammen nur ein held wie du kann sich in dieses höhlensystem begeben und die wahrheit aufdecken okay 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 oh ich habe geschossen warte ich muss mal kurz gucken auf welchen knopf schlage ich ach ne ich schlage nicht sondern der schlägt ja automatisch hier beim pc stimmt da war ja was da ist eine lohre laufen wir hier erstmal hin ja leute spielt auf dem pc können natürlich wir spielen auch mit controller spielen allerdings ich habe keinen bock darauf weil ich eben erstens auf den nicht richtig ich äh wie heißt du noch mal ich ähh der biebel sooo Okay. Der. Warum, warum, warum. Ui, 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 ui. Wollte ich grad sagen. Oh. Weg. Geh weg, ey. Krats. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ui, ui, ui. Oh. Oh. Kann man nicht. Das ist auch ein Lack. Ui, ui, ui. Ui, ui. Ui, ui. Oh. Geh weg mit einem Scheiß hier. Arzt. In die Fresse rein. Sorry Leute. Geht es mal nicht so. Aber das musste gut sein. Na, bitte. Jo. Bitte, 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 bitte. Jo. Ja. Bam, 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 bam. Ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Jo. Ui, 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 ui. Geh weg. Ja, Junge, was soll man denn machen, wenn die einen daher rinden, wie so offen. Ja, da kommt diese Scheißlohre wieder. Also echt. So, ich hab jetzt ne Rakete. Ja, einen getroffen. Auf den Fall. Einmal. Uh, fast gestorben. Weiß ja nicht. Hier ist noch einer. Na ja, ist auch gut. Aber, kann ich nicht mal wieder blicken? Kann ich nicht wieder blicken? Kann ich nicht wieder blicken? Okay, okay, okay. Ja. Ja. Das finde ich aber auch immer abtreffend. Also. Ui. Wow. Ach, ey. Das. Also ich bin jetzt schon zum dritten Mal gestorben. Wie dumm. Wie dumm kann man das sein? Ich bin jetzt schon zum dritten Mal gestorben. Also so schlecht ist es doch niemand. Was ist denn da? Ja, ja, ja. Ich bin jetzt auch noch nach Amerika. Was kommt dann? Ich bin doch mal. Langsam denke ich, dass ich das schon mal nicht verarschen will. Kannst du gut. Ja, natürlich, das ist der Tod, wie die Transomis wollen ja eigentlich sein. Geht sterben, ja. So, sind hier noch welche? Ja, scheiß Schwein. So, ist hier irgendwas noch? Aber sonst ist hier nichts mehr. Sonst ist hier nichts mehr. Heute Shad war eigentlich geplant, dass... Ich weiß gar nicht, was das Spiel heißt. ...Lego Star Wars kommt. Sie wollte heute mal ein etwas neues Spiel, äh, ein neues, äh, ein etwas neueres Spiel spielen. Heißt, neueres Spiel. Denn, aber daher, dass es irgendwie noch nicht installiert ist, also ich hab's heute erst installiert, also ich hab gedacht, hab's nicht installiert. Ähm, ich hab's auf jeden Fall jetzt neu installiert, ähm. Deswegen... Ähm, also es ist noch nicht fertig. Ähm, also es ist noch nicht fertig. Ähm, äh, 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 äh... Ich bin noch nie in diesem Spiel gestorben. Wie jetzt? Äh, kritisch würde ich sagen. Aber es ist nicht schlimm. Hm. Habe ich hier eigentlich irgendwas in mein... Hallo? Ich kann... Ja gut. Ah! Jetzt! Warte mal. Da muss ich mal kurz in mein Invental gehen. Also eins. Das ist scheiße. Ja, meins ist hier alles halt verzaubert. Zu teuer. Ja, auch zu teuer. Ach, hier. Ich hab null. Ah. Ja, okay, okay, okay. Die kann ich hier aber mal reinpacken. Hallo. Da rein. Danke. So. Kann ich die hier alle ins Lager da tragen? Ups. So. Was ist das hier für ne Kiste? Aha. Was machen wir? Ja, hier ist dieser blöde Turm. Nein, da will ich nicht rein. Okay, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo und ein Kommentar. Schaut auch gerne auf meinem Discord-Server vorbei. Ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Habt ihr jetzt noch einen traumhaften Tag. Auf Wiedersehen. Euer Stadio. Ciao. 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 Ciao.